Willkommen bei Bildner TV. Ihr kennt das Outlook-Problem sicherlich. Ihr habt viele E-Mail-Konten und damit viele, viele Posteingänge. Das muss nicht sein. Man kann sie in einem einzigen Posteingang zusammenfassen und muss so nur noch einmal seine neuen E-Mails überprüfen. Wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Hallo, hier ist wieder der Andi und wir schauen uns heute wieder ein Outlook-Thema an. Ja, und zwar etwas, was in der heutigen Zeit ganz normal ist. Jeder von uns hat höchstwahrscheinlich mehr als eine E-Mail-Adresse, selbst privat. Ihr benutzt eine E-Mail-Adresse für eure Spam-E-Mails, ihr benutzt eine E-Mail für eure Freunde, ihr seid vielleicht in einem Verein, habt eine Funktion und habt da eine E-Mail-Adresse, dann eine Arbeits-E-Mail-Adresse und, und, und. Also, sehr, sehr viele haben mehr als eine E-Mail-Adresse. Das bedeutet in Outlook, ich richte mehrere verschiedene Konten ein. Wenn ich dann natürlich meine E-Mails abrufe, dann gelangt jede neue E-Mail in den Posteingang des jeweiligen Kontos. Das heißt, wenn ich vier E-Mail-Adressen habe, dann muss ich vier Posteingänge durchsuchen. Ja, und das ist eine häufige Frage, die in meinen Kursen auch kommt. Kann ich nicht alle E-Mail-Eingänge, die ich bekomme, in einem einzigen Posteingang zusammenfassen? Und in Outlook ist das natürlich kein Problem. Das sind nur wenige Mausklicks und ich zeige euch, wie es geht. Schauen wir gleich mal rein. Ja, also ich habe jetzt hier mal zwei E-Mail-Konten. Mein Andi at Bildner TV mit seinem Posteingang und dann hier den Games at Bildner Verlag mit seinem Posteingang. Ja, und die möchte ich jetzt, dass in einem einzigen Posteingang, nämlich in dem vom Andi at Bildner TV, zusammenlaufen. Gleich wichtig vorweg, der Posteingang, der bereits existent ist, also die, die ich bereits abgerufen habe, die werden hier nicht automatisch verschoben. Also alle E-Mails, die ihr bereits in den verschiedenen Posteingängen habt, die bleiben dort auch. Das heißt, die müsstet ihr markieren, kopieren und dann selber in den jeweiligen Posteingang verschieben. Diese Einstellung, die wir machen, gilt nur für zukünftige, neu ankommende E-Mails. Ihr geht einfach oben auf das Register Datei und dann seid ihr auch gleich am richtigen Ort, denn hier findet ihr eure Kontoeinstellungen. Und ihr geht jetzt hier auch auf den Punkt Kontoeinstellungen, nochmal Kontoeinstellungen. Es öffnet sich ein extra Fenster. Achtet darauf, dass ihr in diesen Registern hier oben auf dem Punkt E-Mail seid. Dann habt ihr hier eure E-Mail-Konten alle aufgelistet, in dem Fall meine beiden. Der Haken hier vorne gibt an, welches das Standard-E-Mail-Konto ist. Das könnt ihr hier übrigens auch ganz leicht ändern, wenn ihr einfach ein anderes anklickt und hier als Standard festlegen. Standard bedeutet, wenn ihr eine E-Mail schreibt, dann wird automatisch diese Adresse als Standard-Versandadresse verwendet und auch für alle anderen Standard-Einstellungen wird dieses Konto rangezogen. So, und ich möchte jetzt, dass mein Games-at-Bildner-Verlag der Posteingang soll auf Andi-at-Bildner-TV. Dann klickt ihr euer Games-at-Bildner-Verlag oder euer Konto, das ihr gerne verschieben möchtet, an und geht hier unten auf den Punkt Ordner wechseln. Und dieses Ordner wechseln bezieht sich nur auf den Posteingang. Ja, und da legt ihr jetzt fest, in welchen Posteingang soll das Ganze reingehen. Und ich nehme den Posteingang von Andi-at-Bildner-TV. Ja, und habe ich jetzt mehr als zwei E-Mail-Adressen, dann müsste ich das Ganze einfach noch für jede weitere E-Mail-Adresse machen. Also, ich klicke in meinen E-Mail-Konten, die E-Mail-Adresse an, klicke auf Ordner wechseln und verschiebe das auf den gewünschten Posteingang. Das ist eigentlich schon alles, was ihr machen müsst. Ja, was sich nicht verschiebt, ich gehe nochmal zurück ins Outlook hinein. Es werden jetzt nur neu ankommende E-Mails, die jetzt zum Beispiel über Games-at-Bildner-Verlag bei mir ankommen, gehen jetzt in den Posteingang von Andi-at-Bildner-TV. Was jedoch gleich bleibt, was sich nicht verschiebt, sind die gesendeten Elemente, die gelöschten, Postausgang, all diese Ordner, die bleiben gleich. Also, das ganze Konto verschwindet deswegen nicht. Das hat auch seinen Sinn, weil gesendete Elemente, da möchte ich nachschauen, was habe ich denn als Andi-at-Bildner-TV versendet oder was habe ich jetzt mit meiner Games-at-Bildner-Verlag-Adresse versendet. Und das finde ich halt so nur raus, wenn ich auch das im entsprechenden Ordner habe. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass diese Ordner alle erhalten bleiben. Aber, wenn ich jetzt neue E-Mails checken will, habe ich nur noch einen einzigen Posteingang, den ich überprüfen muss. Ja, und das ist das, was viele wollen. Ich persönlich habe lieber meine vielen verschiedenen Posteingänge. So sehe ich gleich, welche E-Mail an welche E-Mail-Adresse von mir gegangen ist, an welche Adresse geschrieben wurde. Da ist für mich ein bisschen besser der Überblick. Allerdings, ich kenne viele Kollegen und Freunde, die sagen, sie haben lieber nur einen Posteingang. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, wie viele E-Mails ihr pro Tag so bekommt. Ja, alles dazu findet ihr natürlich wie immer in unseren Outlook-Büchern, Schritt für Schritt zum Profi. Da habt ihr alles rund um die Kontoeinstellungen, auch wie ihr Ordner wechselt, wie ihr die Ordner verschiebt und die Kontoeinstellungen vornehmt. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ja, wenn euch das ein bisschen geholfen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Und für die nächsten Videos, es werden noch ein paar Outlook und auch ein paar PowerPoint-Videos folgen. Um die nicht zu verpassen, abonniert uns und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann bei BILDNER TV. Ciao.